Ich habe im Juni, Anfang Juni letzten Jahres, die Diagnose CUP bekommen, Cancer of Unknown Primary. Das war mir davor auch nicht so bewusst, dass es das überhaupt gibt, aber das scheint wohl gar nicht so selten vorzukommen, dass man nicht ganz genau herausfinden kann in der histologischen Untersuchung der Tumorproben oder des Tumorgewebes, dass man endgültige Lokalisationen herausfindet. Man konnte es eingrenzen, dass es irgendwie ein Adenokarzinom, ein Schleimhautkarzinom ist und dass es aus dem Magen-Darm-Trakt kommt, weshalb man auch die Therapie sehr gut abstimmen konnte. Ich würde tatsächlich sagen, dass Fatigue bei mir so die erste und größte Symptom der Erkrankung überhaupt an sich war, als es losgegangen ist. Das hat letztes Jahr so, ich würde sagen Mitte April angefangen, als ich einfach müde und schlapp war und so meinen, sage ich mal, normalen Alltag, den ich bis dahin gewohnt war. Also ich arbeite, habe einen ziemlich anstrengenden Job und in meiner Freizeit bin ich passionierter Trailläufer und laufe eigentlich stundenlang am Feierabend und am Wochenende durch die Berge. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich und ich habe mich einfach nicht mehr erholt. Das hatte man damals, weil ich auch zwei Wochen davor an Corona erkrankt war, erst mal darauf geschoben bzw. damit erklärt. Aber ich hatte einfach gemerkt, dass ich müde war, nicht mehr so energiegeladen, dass einfach nicht mehr alles so funktioniert hat, wie ich das davor gewohnt war. Das war so eigentlich der Anfang und erst danach kamen so weitere kleine Symptome, bis dann quasi die Diagnose gestellt wurde dazu. Ich würde sagen, dass tatsächlich die Fatigue oder diese, wie ich es nenne, immer Müdigkeit, Schlappheit eigentlich generell mein ganzes Leben beeinflusst hat. Also das war nicht mal so, dass jetzt, das war für mich teilweise wirklich die Erkrankung. Das war in allen Lebensbereichen, wie gesagt, ich konnte dann meinen Beruf, den habe ich dann bis zur Diagnosestellung natürlich weitergemacht, war dann aber auch tatsächlich teilweise froh, dass mir danach das weggenommen wurde, weil ich das nicht mehr geschafft habe, ohne Mittagsschlaf zu machen in der Mittagspause. Oder auch mein Sport und meinen so Alltag habe ich versucht, irgendwie halt noch aufrechtzuerhalten, bis dann tatsächlich die Diagnose auch kam. Und von dem her auch danach, nach Diagnose, hat es einfach das gesamte Leben, wie ich es halt gewohnt war oder wie ich es davor geführt habe, beeinflusst und beeinträchtigt. Also mein Alltag konnte ich dann zeitweise, ich würde sagen so im letzten Sommer, ausschließlich mit Hilfe von Freunden, von Bekannten, von meiner Lebensgefährtin, von Familie bewältigen. Also ohne diese Unterstützung, ich würde sagen in allem, sei es von Essen, Kochen, dass ich es mir nur aufwärmen musste, sei es mich zu kleinen Ausflügen zu fahren, weil ich teilweise zu müde und zu schlapp war, mehr als 200 Meter zu gehen, bis hin zu mich aktivieren oder zu aktivieren, dass wir einfach nur um den Block gehen, um das Haus rum, weil ich sonst alleine einfach nicht die Kraft gehabt hätte, da irgendwie rauszugehen oder es auch mich nicht getraut hätte, weil ich einfach auch Angst gehabt hätte, dass ich einfach umfalle und dann auf der Straße liege und nichts mehr funktioniert. Ich habe dann tatsächlich, als die Diagnosestellung war, da wurde man natürlich dann auch relativ schnell über, sage ich mal, Symptome, über die ganzen Begleiterscheinungen, die damit auftreten können, aufgeklärt. Da war natürlich dann auch Fatigue und die generelle Erschöpfung, sei es jetzt durch die Krankheit, sei es durch die verschiedenen Therapieansätze. Ich meine, die Chemotherapie ist ja auch weiterhin bekannt, dass die auch Nebenwirkungen macht, unter anderem eben auch diese Erschöpfung. Da wurde ich durch das Ärzteteam und auch durch die verschiedenen Stellen eigentlich sehr gut aufgeklärt und habe da viel Wissen vermittelt bekommen. Habe dann aber auch gleichzeitig nicht nur mit dem ärztlichen Part, sondern auch mit der psychoonkologischen Hilfe, arbeite ich mit einer Psychologin seit letztem Sommer, eigentlich seit Anfang an zusammen, wo wir zweiwöchentlich oder dreiwöchentlich regelmäßige Termine haben, wo wir das einfach auch besprechen, was mir auch eine große Hilfe ist, einfach das spiegeln zu können und die Themen einfach dann auch mit jemand anderem, Außenstehenden, der jetzt nicht im privaten Bereich noch ist, in ausreichender Zeit auch noch besprechen zu können. Also medizinische Ansatzpunkte im engeren Sinn, wie es ich definieren würde, hatte ich jetzt keine, habe ich keine in Anspruch genommen, was mir auch noch natürlich sehr geholfen hat, da ich ja davor auch schon sehr aktiv, sportlich aktiv war, war Bewegungstherapie, würde ich es nennen, oder sich einfach draußen an der frischen Luft zu bewegen. Das hat mir auch noch sehr geholfen. Ganz wichtig aus meiner eigenen Erfahrung, das ist natürlich, da macht jeder bestimmt auch ein bisschen andere Erfahrungen, für mich persönlich war es ganz wichtig, ein Umfeld zu haben, zum einen, auf das ich mich verlassen kann, wo ich weiß, wenn ich Hilfe benötige und Hilfe anzunehmen, ist ja für den einen oder anderen, für mich war es eine sehr große Hürde am Anfang. Wenn man das gewohnt ist, alles selber machen zu können, selbstständig zu sein, von dem her würde ich sagen, für das Umfeld sehr wichtig, Hilfe anbieten, aber gleichzeitig auch sich so weit zurücknehmen und Verständnis zu zeigen, dass es halt manchmal auch einfach nicht funktioniert, wie man es sich jetzt gerade vorstellt, wenn es jetzt an einem Tag halt einfach ganz schlecht ist, dass man den Plan dann einfach auf den nächsten Tag verschiebt und soweit flexibel ist und da dem Patienten nicht noch weiter irgendwie Druck macht, weil Druck macht man sich selber meistens, ja, am meisten. Außerdem hat es mir immer tatsächlich noch geholfen, wenn man als Außenstehender oder als Angehöriger, aber auch als Freund, als Bekannte, wenn man aktiv auf mich zugeht und Sachen immer wieder anbietet, was man unternehmen könnte, ob man sich nicht treffen möchte, weil der Antrieb von alleine, die Angebote jemand anderem jetzt zu machen, ist da teilweise sehr gering und die Hemmschwelle ist da auch teilweise so hoch, dass man es von sich aus jetzt nicht machen würde und da hilft es manchmal, wenn man ein bisschen angestupst wird oder angestoßen wird. Und dann würde ich auch noch sagen, was auch noch mir geholfen hat, das ist bestimmt auch bei jedem so ein bisschen anders, aber ich sage mal, um in Bewegung zu kommen, hat es mir immer geholfen, auch so ein bisschen sich Termine zu setzen, wann trifft man sich mit wem, wann geht man vielleicht am Anfang was spazieren, dann vielleicht mal eine kleine Runde laufen, am besten mit Freunden, dass man da sich irgendwie so kleine Schritte, kleine Häppchen, einen Plan macht, an dem man sich dann vielleicht auch hält, weil mir das geholfen hat, wenn ich da was habe, worauf ich fest einen Termin hin habe, worauf ich hinarbeiten kann. Aus meiner Erfahrung würde ich anderen Patienten die Ratschläge geben, erst mal seien sie offen mit ihren behandelten Ärzten, nehmen sie am besten psychoonkologische Hilfe, es ist nichts, wo man da irgendwie was schlecht ist oder wofür man sich schämen muss oder weshalb man schwach wäre, sondern es kann wirklich helfen und ich bin der Meinung, dass das tatsächlich neben dem medizinischen, dass das psychische in der ganzen Erkrankung und in diesem ganzen Umfeld, in dem man sich da befindet, auch einen großen Teil beiträgt. Für mich persönlich, was ich auch immer jedem, der mit ähnlichen Sachen zu kämpfen hat, mitgeben möchte, ist zum einen versuchen sie sich nicht zu viel Druck zu machen, vor allem versuchen sie im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu viel nachzudenken, wie war es vielleicht vor der Erkrankung, wie fit war man, was hat man alles gemacht, wo konnte man unterwegs sein, was wäre, wenn das alles nicht passiert wäre, was würde man jetzt machen, sondern einfach im Hier und Jetzt bleiben, auch nicht zu viel nachdenken, wie geht es weiter, wenn ich gerade jetzt hier im tiefsten Tal bin, hat man ja manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, das wird nie wieder besser, doch, also es geht immer wieder aus dem tiefsten Tal, da geht es dann auch wieder hoch und es geht irgendwie weiter und das wird schon.